Ich will versuchen zu rekapitulieren, was ich weiß. Die Trasher dürfte irgendwo in diesem Gebiet gesunken sein. Ein widerwärtiger Anblick. Der Rumpf der Trasher braucht bloß mit diesem Zeug gefüllt zu werden und sofort wird sie an die Wasseroberfläche steigen, wie ein Luftballon. Das ist wirklich der Abschussraum. Aber er ist leer. Was sollte ich sonst machen? Nur auf diese Art war es möglich zu erfahren, wo sich die Bomben befinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Der neue Opel Vectra 2000. Sein 16V-Triebwerk mit 150 PS. Sein intelligentes Fahrwerk, sein serienmäßiges ABS und sein elektronisch gesteuertes Allradsystem machen ihn zum Vectra der Vectras. Besonders auf etwas nasseren Strecken. Der Opel Vectra. Technik, die begeistert. Das wird bestimmt noch ein aufregender Abend. Jetzt gibt's nämlich Let's Dip. Let's Dip ist die neueste Idee von Fuchs. Vier aufregend abendfüllende Gewürzmischungen, die mit Creme Fraiche, Quark oder Joghurt angerührt werden und die man mit allem dicken kann, überschmeckt. Beim Würzen bin ich Fuchs. Algemarienduschen. Das natürlichste Erlebnis, das man hautnah spürt. Vodka Gorbatschow. Des Vodkas reine Seele. Der wahre Batman. Liebe. Gefahr. Der schwarze Held. Das große Abenteuer. Woher hat er nur dieses neue Spielzeug? Ich bin Batman. Jetzt im Kino. Wir alle kennen sie, die Probleme beim Streichen. Das ist nun endgültig vorbei. Denn Dulux feste Farbe ist die erste Dispersionsfarbe, die weder spritzt noch tropft. Stimmt. Dulux feste Farbe. Die saubere Sache beim Renovieren. Mikrowellen unter 650 Watt sind viel zu langsam. Die Mikrowelle Kompakt von Moulinex mit 650 Watt Superleistung schafft 20% schneller und passt selbst in meine kleine Küche. Seit ich Moulinex habe, bin ich total in... 650 Watt, nur 499 Mark von Moulinex. Sag mal, nach der Ausstellung könnten wir doch noch meine Eltern zu uns einladen? Da lass mich aber erst mal nachschauen, was wir anbieten können. Du, ein Weinbrand. Weinbrand, ja, aber nicht irgendeinen. Na, so riesig werden die Unterschiede wohl kaum sein. Riesig nicht, aber fein. Mh, Chantré. Sag bloß, den hast du am Geschmack erkannt. Ist doch sein Lieblingswein brand. Weich und rund im Geschmack. Der weiche Chantré. Chantré. Man genießt den feinen Unterschied. Achkorok. Teller, Gläser, Schüsseln, die einiges vertragen. Achkorok. Durch nichts zu erschüttern. Einige Minuten später, als geplant, liebe Zuschauer, bedingt durch unsere aktuelle Sportberichterstattung bei Anpfiff, laden wir Sie nun ein zum dritten Spielfilm am heutigen Abend. Im Netz der goldenen Spinne, so der Titel, ist ein klassischer Agentenfilm. Und er hat alles, was ein Spionagefilm spannend macht. Ein verschwundenes Atom-U-Boot, einen cleveren Agenten und eine kühle Blondine im Netz der goldenen Spinne. Gute Unterhaltung.